Hi Mädels! So liebe Bittual-Fans, jetzt geht's ins Eingemachte. Viel Spaß beim Spiel! Tschüss! Musik 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 1.400 Euro und 4.000 Euro! Mein Name ist auch noch ein Wort! Klar, wenn es ginge, würden wir die WM hier zu Ende spielen mit Halbfinale und Finale, aber ich glaube, da macht der Ausrichter nicht mit. Von daher ziehen wir gerne nach den Haken. Das kann man echt schwer beschreiben. Es ist auch das Gefühl, für das man lebt. Es ist so ein geiles Gefühl. Man darf sich vorher nicht so genau vorstellen, dass es gleich soweit sein könnte, weil dann wird man viel zu nervös. Aber wenn es dann so ist, dann fällt natürlich alles ab. Es kribbelt überall. Es ist pure Freude und es ist umso schöner, wenn man dann noch einen Partner hat, den man in den Arm nehmen kann. Und ja, es ist geil. Also kann ich jedem empfehlen, mal ein Matchball verwandeln. Halbfinale-WM! Halbfinale-WM! Genau! Halbfinale-WM! 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 Untertitelung des ZDF, 2020